Ich hab gestern Hangover geguckt, ne, den ersten Teil, ich bin so eingepennter, ne? Nein, fuck, fuck, fuck! Ich hab mehr Hangover gehabt, ne, ja. Ah ja, der Hangover! Wann hast du mir da jetzt reingepackt? Ich bin noch dabei, bin sofort fertig. Ne, das ist nicht mein Fall, ich dachte, die Filme wären geiler, alter Hangover, das geht mal gar nicht, ne? Na, der erste war noch witzig, aber bei denen, die danach kamen, haben sie quasi einfach immer das gleiche nochmal gemacht. Also, ich bin eingepenzt bei dem, ich hab den 20 Minuten angehabt, ich bin da eingeschlafen. Achso, du brauchst drei Ketten, ah. Ah ja, hey, boah, siehst du, ich muss ja wieder deine olle Steine hier für den hier. Komm her, hier! Alter, ich... Lukas, ich muss dir was hinklocken hier, Alter, mein ganzes... Ey, was ist das denn? Ich hab'n Leuchtwurzelsaat, drei Stück, Alter. Achso, könnte ich mal die Erze und so wieder von euch eingehen? Ja, dann komm mal dichter, hier ran, hier zu mir. Dichte. Eins. Dichte. Zwei. Ich werd dir grad voll reich beschenkt. Vier. 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 Huuu. Bomben, willst du die auch noch haben? Hier! Nein, nur die Erze und die Barren. Erz und so. Kupfer, Erz. Barren hab' ich nicht. Na dann. Ah, bist du mir zu arm? Du hast gar nichts geworfen bei mir. Doch, die ganze Zeit hier schon. WTF? 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 Wo habe ich denn jetzt? Da. Schub. Voll schwer! Schub. Jetzt muss ich aber nochmal... Ich habe die automatisch schon an, ja? Ja. Ich muss erstmal ein bisschen was in die Truhe packen, ey. Schub. Hä? Wo ist denn meine Truhe jetzt? Cool. Nutzen, ne? Ja. Jetzt haben wir halt noch einen Arsch voll Kupfer. Soll ich mal noch Kupferhelme machen? Jo. Jo. Dann wäre das nämlich dann auch schon mal erklärt. Arsch voll Kupfer. Ich schon gekenne, Alter. Da habe ich so viele von, ne? Wie hängst du denn da eigentlich fest, Ronny? Das ist doch hart, Alter. Da geht er ab, ne? War schon hart, ja. Den Holzkloppe. Das sieht auf jeden Fall hart aus, Alter. Der Hund, Alter. Jetzt hier. Ronny, komm mal vor mich. Ja. Boah. Er befindet sich hier fest, Alter. Vor mich. Aber nicht in meinem Stockwerk hier, hallo? Hier ist meine Grabenstatue, hallo? Sie staubt sich. Hier ist meine Grabenstatue. Ja? Was ist los, Robert? Ja, sie geht ab mit seinem Scheiße, Alter. Ne, da ist meine Sternenschnuppe, ne? Das geht richtig ab, ne? Ey, geht ab, Alter. Oh, was macht der denn da, Alter? Ist der ein Kackhaken da, oder was? Ich weiß das nicht, Alter. Entschuldigung, hat er einen Haken, hat er. Na, einen Haken hat er ja. Dieser Haken. Haken! Nichts Haken. Alter, bei mir ist die... Alter. So. Jetzt sind wir aber bei 51, das heißt, wir könnten jetzt eigentlich noch die Stunde wieder voll machen, oder? Ja, eigentlich schon, ne? Okay. Ja, aber bei mir zieht das Bild total hinterher, Alter. Bei mir, bei mir sind wir jetzt gerade noch unbedingt noch gerade unten drinnen und versuchen mich da durch den Wasser durchzukloppen. Alter. Dreh die, ha, 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 da, da. Hase! Hast ne Haken auf den Hasen? Da muss ich ne Haken auf den Hasen. Wenn die Tonaufnahme durch ist, muss ich das noch laufen lassen. Ja, ähm. Aber nicht, nicht sehr lange eigentlich. Wird sich leider nicht vermeiden lassen. Daniel, du hattest doch glaube ich, dass dir dann am Ende vom Video was gefehlt hat, oder? Nein. Nein? Ich hab da eigentlich gleich beendet und das war, das hat bis zum Ende durchgezogen. Okay. Und ich hab auch gleich beendet, also das geht. Okay, okay, okay. Ich will das hier jetzt nicht riskieren, ne? Risiko. Zwo, eins, Risiko. Ey, Alter! Daniel, stell den doch mal gerade hin. Nee. Na mach ich doch. Das sieht aus, Alter, das sah gerade aus wie so'n Schweinekopf, Alter. Hab ich doch. Richtig hart, Alter. Alter, jetzt ist die Tussi da unten drin, ich wollte hier grad zu bauen. Ey, du Oschi, komm mal raus hier. Uschi. OUSCHI! Zeig mir deine! Wie dumm ist sie denn, Alter? Ich mach hier schon mal zu, dann kann der nicht mehr runterfallen. Jawoll. Er geht spazieren, ne? Ah, die blöde Kuh, ey. Der Pinky und der Breen. Das sowieso, diese ganzen NPCs, die haben dermaßen Todeswunsch, das gibt's gar nicht. Haben sie? Ja, ohne Scheiße. Die verrecken am laufenden Band. Na, ist schlecht. Ja. Wollt ihr noch mal, wollt ihr noch mal zur dritten Erkundung nach rechts starten und ich baue hier noch ne Bude? Jo. Alles klar. Machen wir. Ich danke euch. Dann baue mal deine Bude. Ja. Oh, ein paar Hasen schlachten, ey. Der Robert wieder war ja klar, ey. Lass die Hirsch ja mal in Ruhe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wiemals! Der Hasen schlachtet auf den Wind, die hier wartet. Wir klicken uns den Pfanne! Wir sind den Pfanne, ey, einer. Nee, das kann ich nicht sehen, meine Mutter hat aber da kommt vom Postbeutel, ey. Von den Postbeutel her. Von der Frostbeule. Von der Frostbeule, ja. Tagesblumensaat, alter? Nein. Tagesblumen beha-dede. Tagesblumen beha-dede. Alter. Das kann weg, das kann weg. Das brauch ich jetzt. Lukas weiß ich gar nicht, was das ist. Oh, ne Scheiße. Ein Kackstuhl. Ein Kackstuhl hast du? Oh ja. Kackstuhl heißt das. Lilaschlein. Das ist wieder Pinky, ey. Alter, diese Krankenschwester geht mir gerade so auf den Sack. Das ist unfassbar. Eine kranke Schwester. Einen Papagei. Fressen. Eins, zwei, drei. So. Ich bin den Pfanne. Ist das wirklich so? Weiß ich gar nicht. Hey, ich dachte ich wäre dein Pfanne. Alter. Das ist richtig. Warte, warte, warte. So, ich hole euch dann mal eben ein. Gimli ist eingetroffen. GIMLI! Gimli, der Hurensohn-Zwerg. Oh nein, da kommt ein bisschen wieder. Robinson Huso, ey. Robinson Hurensohn, ja. Oh, jetzt geht's dir ab hier. Die Fresser hier. Oh, ich kann die aber alle ficken hier. Da kommt ein Fresser-Baby, Alter. Guck mal, ob ihr dieses Mal wieder... Oh, Babyfresser. Das ist irgendwie so dein Style, oder der irgendwo runterfallen. Ja, das war zu breit, das Loch. Da kannst du aber mal gucken, wer Gimli ist. Das war zu breit, das Loch, ja. Das war Bock vor's Tonhallen-Prinzip, weißt du? Oh, 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 oh. Alter. Bock vor's Tonhallen-Prinzip, ja. Alter. Hier ist ein Dämmes-Loch, Alter. Das ist weg, Alter. Nur noch Löcher und Tonhallen, Alter. Kannst du den mal anschwätzen, ob der irgendwie einen Laden hat oder so? Ich weiß nämlich gerade nicht, wer das ist. Das ist ein Sprenger-Heist, oder? Und Dynamid. Sehr gut, den brauchen wir. Dynamid-Lix. Scheiße, Junge. Oh, die Seelenfresser. Ich hab'n Seelenfresser gefickt, Alter. Ich hab'n Erfresser schon gefickt, Alter. Puschel wurden die Arme ausgerissen. Puschel wurde das Gesicht runtergerissen, Alter. Puschel wurde ins Gesicht geschissen, Alter. Alter, Robert, wie weit bist du denn schon? Ich bin hier hinten schon, und der Klilger hat die ganzen Seelenpisser hier. Guck mal, ob du da irgendwie lebend durchkommst, dann kann ich dir mal hier die Dingens zeigen, weil du ja auch gerade Aufnahmen machst. Ja, warte mal kurz. Ich versuch hier gerade mal durchzukommen, aber hat sich gar nicht gut aus, ne? Du kannst auch mal. Du kannst auch kurz überleben. Zu spät. Da kamen drei Seelenfotzen. Jukas! Ja? Ey, warte auf mich. Nee, die Aufnahme ist eh gleich rum, da müssen wir ja wieder in der Brüse sein. Nein, bleib jetzt ruhig hier. Oh Gott, das hat mich schon wieder angesteckt, Alter. Jetzt bin ich bei der Hütte, und jetzt kackt die Elgaduride ab. Das ist im Preis im Begriff. Ja. Ich hoffe mal, dass das noch funktioniert, Alter, wie das jetzt gar aussieht. Wobei ich das auch hatte, und hinterher in der Bearbeitung habe ich festgestellt, dass es doch sauflüssig lief. Also, vielleicht hast du Glück. Ja, mal sehen. Ich habe hier ja noch eine Truhe gefunden, ne? Aber ich hätte hier auch jetzt auch gerne mitgenommen. Ach, du hast die Truhe gefunden? Hm, wo? Ich weiß auch nicht, wo ich hier gerade rumlaufe. Ich weiß, du kannst sie nicht mitnehmen. Ich habe nicht, ich habe keinen Hammer. Eine Stunde ist halt wieder voll. Ja, ich bin auch sofort weg hier. Ich bin hier trod. Ich verrecke jedes Mal dann, wenn ich gerade hier bei diesem Ding ankomme. Auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Oh! Wunderbar. Waren da gescheite Waffen oder sowas drin oder irgendwelche Schuhe oder so ein Zeug, was du benutzt hast? Ach nee, da muss ich dich leider enttäuschen. Neun Granaten habe ich gefunden. Oh, scheiße. Äh, Leute. Hier ist ein Gegner, äh, Goblin Speer, der bedeutet, dass bald so eine Riesenarmee kommt. Und zwar eine richtig fette Armee. Yeah, Daniel, wo bist du? Hier. Das heißt, wir werden wahrscheinlich in der nächsten Aufnahmesession viel Spaß haben. Ich bin tot. Ja, dann komm mal gleich her, wenn du da schon stehst. Luke, ich bin den Pfanne. Warte mal. Ich hab da was Schönes für dich. Nicht die Ströme kreuzen, Digga, du weißt Bescheid. Ah, wunderbar. Kupferbarren haben wir schon mal wieder in Paragraphen. Guck mal, hier ein X gemacht, du. Ja, die Generation X, der, ne? Nicht die Ströme kreuzen, der, ja. Ich frage mich jetzt gerade, ob wenn ich ein Screenshot davon mache, ob das dann, ähm, Screenshot? Ey, wisst ihr, was wir machen? Na? Wir machen jetzt, äh, die Aufnahme zu Ende. Okay. Und wenn die dann beendet ist, machen wir, äh, mache ich den Screenshot und den benutzen wir dann als, äh, können wir als Video Thumbnail benutzen, weil wir den selbst gemacht haben. Okay. Ja. Klar. Aber ich muss jetzt mal gucken, ob wir irgendwie die Narben ausgleichen können, weil die stören gerade so ein bisschen. Da musst du da nach oben hüppeln, Lukas. Hm? Du musst ein Stück nach oben springen, den geht das. Das ist dann wack. Tatsache. Bist du keine Gruppe mehr, Lukas? Ja. Ich glaube, jetzt könntet ihr mich sogar töten. Nee, könnt ihr nicht. PVP's aus. Ein paar Läuftstäbe hierhin, gefeuert hier. Okay, bevor wir jetzt hier noch groß rum experimentieren, würde ich sagen, machen wir erstmal die Verabschiedung, oder? So ist es. Wer möchte, wer möchte, wer möchte. Wer, 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 wer. Ihr seid immer so entscheidungsfreudig. Aber richtig. Aber richtig. Wacht rum, wacht rum, wacht rum. Na dann. Dann bedanken wir uns auf jeden Fall fürs Zuschauen, wünschen euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder und sagen Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.